Was ist? Entschuldigen Sie, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss für ein paar Tage... Man will mich umbringen, Herr König. Dass ich noch lebe, verdanke ich nur der Tatsache, dass der Mordeinschlag auf einer häufig frequentierten Toilette stattgefunden hat. Jetzt aber... Sie glauben mir nicht? Dann was ist das da auf meinem Kopf? Da, so groß wie einer von Schobers Königsberger Klopsten. Voll auf die Kloschüssel. Herr Gerke, es ist vier Uhr früh. Ich kann nicht nach Hause, Herr König. Sonst bin ich ein toter Mann. Zehn Minuten und keine Sekunde länger. Danke. Aber wehe an Ihrer Geschichte ist nichts dran. Da wird nämlich Ihr Königsberger Klops zu einer Dampfnugel anschwellen. Erstmal brauche ich einen Schnaps. Sonst noch was? Also ich wollte den... Setzen Sie sich. Also, jetzt doch mal von vorn. Sie haben auf der Toilette gesagt, hm? Wie? Nein, ich wollte den Film wechseln. Heute war doch der Feuerwehrwahl mit Tombola und Tralala und Pipapo. Wo waren Sie überhaupt? Ihre ganze ehemalige Truppe war da. Frau Dorn, Röttel, Schober hat sogar auf seine Tröte gespielt. Herr Hübner, Herr Hübner, war auch da? Ja. Ich glaube, Sie haben die Krippe war da, als man Ihnen die Kloschüssel über den Schädeljahrern hat. Und Sie haben die Stirn mich aus dem Ruhestand und aus dem Bett zu holen? Herr Hübner war doch voll wie eine Natter. Ich habe Ihnen angefleht, mich unter Polizeischutz zu stellen. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Polizeischutz. Jörgke, kommen Sie zu sich. Die wollen mich alle machen, Herr König. Ihren ganzen Chemiemüll lassen die von der F&S in die Regnitz. In den Fässern, die angeblich zur Entsorgung gehen, ist nur Wasser. Die Ferkel schippern Sie einfach nur hin und her, damit es gut aussieht. Da, ich habe es schwarz auf weiß. Das heißt natürlich in Kulor. Der halbe Film ist voll davon. Da habe ich morgens geschossen. Deshalb musste ich ja wechseln. Setzen Sie sich. Warum klaut er mir denn dann die Kamera, Herr König? Der Zosch hat mich erwischt, als ich wieder über den Zaun bin. Die Kamera ist weg? Ja. Ich bin ein toter Mann, Herr König. Wenn Sie mir nicht helfen, dann... Setzen Sie sich. Oder Sie können sich jetzt schon überlegen, was Sie in Ihrer Rede an meinem offenen Grabe alles Nettes über mich sagen werden. Mir kommen gleich die Tränen. Setzen Sie sich. Vielleicht hilft Ihnen das. Vorsicht. Danke. Auf dem Sofa liegt eine Decke. Schlafen Sie erst mal. Aber ziehen Sie die Schuhe aus, ja? Wofür halten Sie mich? Tut mir leid. Aber entweder haben Sie einen Fall Schnei gelegt oder Sie haben vergessen, die Kappen vom Objektiv runter zu tun. Tja, was macht das? Nichts. Der Kunde ist bei uns König. Danke. Vielleicht beehren Sie uns ja beim nächsten Mal wieder. Hier ein Abzug. Neun mal 13, zehn mal 15, 13, 18. Neun mal 13 genügt. In einer Stunde steht er draußen. Genau. Bei uns ist der Kunde König. Darf ich um den wehren Namen bitten? König. Richtig. Der Kunde ist bei uns König. Aber wie heißen Sie? Kön-Müller. Und zu Hause bei ihm meldet sich auch niemand. Jetzt ist es fast zehn und in zwei Stunden will Dr. Wöller die 150 Zeilen über den Chemieskandal gefaxt haben. Deswegen rufe ich ja an. Ich kann den Report nirgends finden. Ja, das habe ich natürlich zuallererst gemacht. Er hat den Zugriff im Computer mit einem Codewort geschützt. Sie kennen doch Herrn Gierke. Der bittet doch hinter jedem Baum die Konkurrenz oder die Cosa Nostra. Gut. In einer Stunde? Mache ich. Bis später. Falls Sie Herrn Gierke sprechen wollen, Herr König, der ist im Moment nicht da und ich... Cosa Nostra. Warum probieren Sie es nicht mal mit dem Codewort Cosa Nostra? Na los, Frau Wirz. Haben Sie etwa auch was mit diesem Fall zu tun? Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also. Cosa Nostra. Nur machen Sie schon. Das... Das geht nicht, Herr König. Das kann ich nicht und darf ich nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von Horst. Ich meine von Herrn Gierke. Und der... Frau Wirz. Warum glauben Sie, dass ich hier bin? Sie wissen, wo er ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich muss wissen, wo er ist, Herr König. Frau Wirz. Ihr Horst hat Angst, dass ihn er noch umbringt. Und wenn ich ihm helfen soll, dann brauche ich alle Unterlagen seiner Ermittlungen bei der F&S-Chemie. Wenn Sie mir sagen, wo er ist. Und sagen Sie ihm, er soll mich anrufen. Und die Hauptredaktion auch. Fränkischer Tag, Lokalredaktion Bamberg. Horst. Na endlich, wo bist du denn? Nicht so laut. Es muss ja nicht gleich ganz Bamberg wissen, dass ich noch lebe. Was ist denn passiert? Dr. Wöller... Dr. Wöller interessiert mich im Augenblick einen feuchten Kehricht. Man hat versucht, mich unter Druck zu setzen, Renate. Also hör wozu. Wer? Wann? Gestern Abend beim Feuerwehrball. Zosche. Ach. Nee. Ich dachte, der König hat es erfunden, um an deinen Computer ran... Der König? War der etwa schon da? Ja, eben. Aber ich habe ihm natürlich deinen Bericht nicht gegeben. Renate. Ohne deine ausdrückliche Genehmigung darf keiner, hast du selber gesagt. Ja, aber doch nicht der König. Und wo ich ihm doch das Kotwort... Renate. Woher soll ich denn das wissen? Hätte ja sein können, dass er dich beschattet oder so. Normalerweise schon. Aber das ist Alarmstufe 1, Renate. Also lass die 150 Zeilen ausdrucken und sorg dafür, dass der König sie kriegt. Klar? Ja. Okay. Und wo kann ich dich erreichen, notfalls? Es ist besser, du weißt von nichts. Ich melde mich wieder. Und was soll ich Dr. Wöller sagen? Mit schwarzen Schafe, weißen Westen ist nichts. Wenn er das druckt, dann sollen wir gleich auch eine halbe Seite bei den Todesanzeigen reservieren. Sag doch, wo warst denn du gestern Abend? Der Herr Kommissar will mich nicht bestürtchen. Das ist mir sowas von wurscht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Geise. Er ist heute nicht gut beieinander. Ich auch nicht. Hausverbot? Oder wie? Ja, wo sind wir denn? 40 Jahre war ich gut genug für diesen Laden. Und jetzt? Hannes, verstehst du denn überhaupt keinen Spaß? Nein. Vor allem nicht heute Morgen. Wassergenuss am frühen Morgen lässt auf Alkoholgenuss am späten Abend schließen. Ich brauche Ihre Hilfe, Dübner. Ich weiß, Sie sind momentan nicht ganz momentan, wie unser Herr Kneipenjord in solchen Situationen zu scherzen pflegt. Aber leider kann ich auf Ihren Zugang keine Rücksicht nehmen, weil, wie soll ich sagen, weil meine Existenz auf dem Spiel steht. Deswegen? Nein. Nein. Es ist zwar eine ungeheure Geschmacklosigkeit, die Sie sich da ausgedacht haben, aber... Nein. Gürke. Er ist bei mir eingezogen, weil Sie sich offenbar weigern, den Polizeischutz zu geben. Bei Ihnen? Wer wohnt bei Ihnen? Sie finden das lustig. Ich nicht. Ich kann nicht mal mit einer Frau unter einem Dach leben, geschweige denn mit einem Stinkstiefel wie Gürke. Nicht mal im Bett sieht er seine Turnschuhe aus. Nein, nein, Hypner. Sie raffen jetzt Ihre letzten Reserven zusammen und helfen mir. Gürke glaubt, ein Herr Zosche vom Werkschutz der F&S-Chemie will ihn mundtot machen. Auf geht's! In einer halben Stunde können wir die Abzüge von dem Film abholen, den Gürke auf den Ball verschossen hat. Fotos? Ja. Ja, klar, die Gürke hat er die ganze Zeit fotografiert. Sagen Sie, wissen Sie, zufällig aber auch mich? Sicher. So was lässt sich der Gürke doch nicht entgegen. Kommissar Hübner im Vollrausch. Ach, das ist mir doch egal. Dann hätte ich wenigstens ein Foto von der Wahnsinnsfrau mit ihr, die ich getanzt habe. Wahnsinnsfrau? Ein Traum, Herr König. Hübsch, gescheit und eine Figur. Jedenfalls, ich war schon total weggetreten, als sie mich aufgefordert hat. Dann habe ich vergessen zu fragen, wie sie heißt und wo sie wohnt. Ja, vielleicht hat sie es mir ja auch gesagt. Und ich habe einen totalen Blackout. Frau Dorn? Ich bin im Fall Gürke unterwegs. Sagen Sie, sie hat vielleicht eine Dame für mich angerufen? Oh nein. Tut mir leid. Ich habe überall rum telefoniert, aber niemand kennt das Mädchen, mit dem sie gestern Abend getanzt haben. Das ist richtig gespenstisch. Fast wie bei Cinderella. Na, wenn sie wenigstens ihren Schuh verloren hätte. Na, Achtel Franken und Stamm Max mit Bratkartoffeln. Heute ist Freitag, Strander Max ist von der Stache. Guten Tag heißt das erstmal, wie sich das gehört. Wir sind ja nicht in den Punkslokalen am Bahnhof. Herr Schober, ich hätte gern ein Wasser und zwei Saugenpropfen. Oder haben Sie vielleicht eine Rollenbobsauflage? Aha, Sie sind momentan nicht ganz momentan. Sehr witzig, Herr Schober. Erinnern Sie mich bei Gelegenheit dran, dass ich drüber lache. Alle sind sie drauf, nur meine Cinderella nicht. Da hat der Herr Schober ihn voller Wichs. Als Posaunengel. Trompeten. Was ist denn das zu fassen? Herr Mell, ich gucke mir der Verdacht, dass ich das alles nur geträumt habe mit der Kleinen. Sind das Ihre Fotos? Könnte ich da einen Abzug haben? Kennen Sie vielleicht das Mädchen, mit der ich gestern Abend getanzte? Jetzt vergessen Sie mal Ihr Liebesleben, Hübner. Ja, der Gierke hat recht. Was dann die Regne zäuft, sieht aus wie die Ochsenschwanzsuche vom Schober. Wie, wo? Also, da ist eine Frechheit. Aber das weiß doch jeder hier. Wenn wir hinkommen, dann läuft nur Brauchwasser raus. Langsam, ja? Wo bleibt denn das Essen? Ich habe Ihnen noch gesagt, heute ist nicht Donnerstag. Dann bringen Sie mir halt einen Freitag. Ja, und meinen Rollenbobs und die Saugengurken. Also, an manchen Tagen fragt man sich, warum man überhaupt aufgestanden ist. Wer ist denn der da? Ein Rollenbobs, ein Fischfilet. Schober, kann ich mal Ihren Block haben? Moment, bitte. Und den Kuli. Bitte. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ja, also. Ah, und Altenbobs direkt. Fischfilet. Ja, ja, ich sehe doch noch was. Fisch. Was isst man nicht alles, nur weil Freitag ist? Ja. Dabei gehen Sie nicht mehr in die Gierke sonntags. Da bin ich blöd. Sonntags mache ich den meisten Umsatz. Hier, da bin ich auch drauf. Bei meinem Solo. So, so im Geschäft wird leider nichts. Ich muss weg. Ein Unfall, der aussieht, als wäre nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Werner Gellert. Was? Der Werner? Tja, es sieht so aus, als wäre er gestern Nacht vom Heimweg von dem Ball im Vollwasch von der Kurve abgekommen. Ach, der trinkt doch keinen Tropfen. Der ist Antialkoholiker. Eben. Moment. Axel. Und was ist mit Zahlen? Sie dürfen das Foto behalten. Also an manchen Tagen. Bitte, Herr König, ja. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und das ist ernst jetzt. Und ich habe wirklich keine Lust und keine Zeit, hinter Gierkes Kamera herzulaufen. Sie setzen mich bei Gierkes Redaktion ab und sagen seiner Sekretärin, dass die Sache offiziell ist. Nur drei Minuten, Axel. Am Unfallort haben die Kollegen sowieso schon alle Spuren niedergetrampelt. Und ich, ich muss den Gierke loswerden. Ich kann ihn natürlich auch bei Ihnen einquartieren. Was, 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 bei mir? Dann möchte ich Sie aber mal sehen. Wie komme ich denn dazu, sagen Sie mal? Ja, und was ist, wenn er Recht hat und die wirklich ernst machen? Ich wundere, dass es noch keiner getan hat, so wie der jeden nervt. So gut, Herr König. Drei Minuten. Also, überlegen Sie sich's, Herr Hoffmann. Ich rufe Sie wieder an, sobald ich rausgekriegt habe, wo Gierke sich verkrochen hat. In der Zwischenzeit besorgen Sie das Geld. Wie heißt's doch gleich, in kleinen Scheinen. So, da bin ich wieder, Frau Wirtz. Zeig ich Ihnen nicht, Frau Wirtz, Ihren Dienstausweis, Herr Kommissar. Auf dem Foto sehen Sie aber besser aus. Da hab ich auch keine Kopfschmerzen. Den Artikel bitte, Frau Wirtz. Und alles, was es sonst noch gibt von der FNS Chemie. Es ist wichtiges Beweismaterial. Herr König will mir einfach nicht glauben, dass es keinen Artikel gibt. Frau Wirtz. Gut, Frau Cosa Nostra. Was? Cosa Nostra? Ja, mein Gott. Der Gierke sieht das eben dramatisch. Unter dem Code ist nichts gespeichert. Ich kriege nur Error. Bitte, überzeugen Sie sich. Blödsinn. Gierke muss es doch wissen. Er hat mir Ruh und Heilig versprochen. Tja dann. Das ist doch was oberfaul, Frau Wirtz. Am besten Sie knöpfen sich den Herrn Lokalreporter noch mal vor. Vielleicht hat er ja den Code verwechselt. Probieren Sie es doch mal mit Al Capone. Oder KGB. Oder Matahari. Was sehen Sie mich denn so an? Ost ist selber schuld. Er will ja unbedingt Starreporter werden. Kaninischenverein goldener Hochzeit. Das ist unter seiner Würde. Watergate. Unter dem macht er es nicht. Watergate? Sie meinen wohl die FNS-Chemie. Das weiß doch jeder, dass die Dreck am Stecken haben. Und keiner sagt was. Aber er. 50.000 hat ihm der Hoffmann geboten, wenn er den Mund hält. 50.000. Da wäre er endlich seine Schulden los. Und vielleicht würde auch irgendwas übrig bleiben, um eine Fahrkarte zu kaufen. Irgendwohin nur raus. Raus aus diesem Provinz-Muff. Aber nein. Starreporter Gierke muss es mit der gesamten lokalen Industrie aufnehmen. Den Großkopferten mit und ohne Talar. Allein gegen die Muff, ja. Eine Frage. Haben Sie was mit Gierke? Ich? Mit dem? Wie kommt es denn darauf? Naja, so wie Sie, redet eine Frau über einen Mann doch nur, wenn sie ihn liebt oder nicht ausstehen kann. Aber bei Gierke scheint das egal zu sein. Fränkischer Tagwörth. Ach, Horst. Hat der König das Belastungsmaterial? Nein, unter deinem Codewort ist nichts. Was? Cosa Nostra. Da muss es sein. 150 Zeilen plus alle Adressen der Kontaktleute und Scheinfirmen. Renate, mach mich nicht wahnsinnig. Wer macht mir wen wahnsinnig? Wenn du mir nicht glaubst, dann versuchst du das selber. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo? Ja, ich überlege. Was war denn das? Horst? Nichts. Ich melde mich wieder. So, jetzt reicht's mir. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Jedenfalls stinkt der ganze Wagen nach dem billigen Trester-Schnaps, dem wir allen unser Kopfweh verdanken. Ach, die auch? Zur Wunder, dass der Wagen nicht explodiert ist. Bei dem Fusel genügt ein Funke. Darüber lasse ich Ihnen das Feld. Herr Doktor? Ja? Herr Lennar Gellert, der war doch Antialkoholiker. Ich glaube, erst, wenn ich seine Leber gesehen habe. Wann wird das sein? Fragen Sie mich was Leichteres. Herr Kommissar? Ja. Ich würde sagen, die gleiche Größe wie bei meiner Frau. Nur würde ich das nie trauen. So hübsch, ja? Rot wie die Feuerwehr. Los. Na, die geht's mal hin, wenn geht's. Weiter nacheim. Moment, stopp. Ja, danke. Zu wem wollen Sie? Ich würde gerne ein paar Takte mit einem Namen von der Geschäftsleitung reden, aber das sieht ja beinahe aus wie im Gefängnis. Sie sind der König, stimmt's? Und Sie sind hier der Oberscheriff. Herr Zorche? Ich bin zuständig für die betriebliche Sicherheit. Was dagegen? Nee. Mich interessiert vielmehr Ihre Freizeitbeschäftigung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie waren gestern auf dem Ball. Und? Könnte es sein, dass Sie das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden haben und einem gewissen Herrn Gierke auf die Toilette gefolgt sind? Zum Beispiel, um Ihnen einen kleinen Denkzettel zu verpassen? Das könnte durchaus sein. Weil ich's auf den Tod nicht ausstehen kann, wenn bei mir jemand über den Zaun klettert und danach nochmal einen Chef erpressen will. Sondern jetzt schauen Sie, dass Sie verschwinden, weil das hier ist Privatgelände. Der hat Hausverbot. Es sei denn, Sie kommen mit was Schriftlichem wieder. So, mit Stempel und Unterschrift. Und soviel ich weiß, sind Sie gar nicht mehr bei der Polizei, oder? Dann wär ich an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtiger. Bist du noch zu retten, Renate? Mensch, wie siehst denn du aus? Reg dich ab, mich hat keiner gesehen. Und woher weißt du, wo ich bin? Der Papagei vom König. Das weiß doch jeder, dass der einen Vogel hat. Ich wollte ja nur sehen, wie's dir geht. Bescheiden. In diesem Haus gibt's ja nichts Gescheites zum Essen. Ich hab versucht, einen Pfannkopf... Scheiße. Aber ohne Eier? Hör auf zu jammern, du bist da selber schuld. Ich hab die ganze Sache in die Hand genommen. Heute Abend krieg ich die 50.000. Und dann hauen wir ab. Was? Vielleicht kann ich's auch noch mehr kriegen. Wenn ich Ihnen verrate, wo du bist. Renate! Bis die hier sind, bist du längst weg. Ich hab alles ganz genau organisiert, Horst. Du bist mein Untergang, Renate. Entweder oder. Ich hab dieses Bratkartoffelverhältnis endgültig satt. Das steht mir bis hier oben. Bratkartoffelverhältnis? Entweder du kommst mit. Oder ich geh allein. Das ist Erpressung, Renate. Ich... Ich liebe dich. Das weißt du. Dann beweis es. Heute Abend um sieben bei mir. Wenn du mich liebst, bist du da. Ciao. Legen Sie auf. Los, Frau Wörz, das bringt doch nix. Ich... Herr Hoffmann erwartet meinen Rückruf. Herr Hoffmann ist verhindert. Wo bin ich ja da? Gib uns her. Frau Wörz, das ist die 50.000. Das wird nichts. Nicht mehr, das hätte der Herr Gierke sich früher überlegen müssen. Ich schreie. Schwarze, scharfe, weiße Westen. Sehr sinnig. Nützt Ihnen gar nichts. Ist alles im Computer gespeichert. Das glaube ich Ihnen zwar nicht, weil Ihr Papier sonst kein Pfennig wert wäre, aber... Nur zur Sicherheit. Und um Ihnen klarzumachen, dass ich überhaupt kein Verständnis dafür aufbringe, wenn jemand versucht, meine Firma in den Dreck zu ziehen oder meinen Chef zu erpressen. Ist das klar? Wein, Weib und Gesang. Weib und Gesang von mir aus. Aber Wein? Sind Sie das sicher? Ich könnte auch sagen, Dresdraschnaps. Sie blinde Fiedler und muntere Weisen unserer Feuerwehrkappe. Was schaust Ihnen zu? Der Werner Gellert hat den ganzen Abend mit der Frau vom Fiedler getanzt. So eng, dass ein Fünf-Mark-Stück dazwischen geklemmt seine Prägung verloren hätte. Herr Dr. Brötl. Bitte, ja? Der Werner war immerhin ein Vereinskamerad von mir. Ja, Entschuldigung, aber in meinem Beruf ist Galgenhumor das einzige Mittel gegen Depressionen. Oder wie soll ich sonst damit fertig werden, dass zwei lebenslustige junge Menschen sich mit Alkohol volllaufen lassen, auf dem Heimweg übereinander herfallen, auf einem stillen Waldweg oder so ähnlich, ne? Und du hast alles unter deinem Mikroskop mit angesehen oder so ähnlich. Was interessiert denn dich das? Herr Dr. Brötl, ich muss jetzt wissen, ob das ein Unfall war oder ein Mord, wenn der Werner wirklich nichts getrunken hatte. Wieso hat ihm dann einer eine Flasche ins Auto gelegt und ihn mit Schnaps übergossen? Und wenn es Mord war, besteht ja auch die Möglichkeit, dass es mit Gierke zu tun hat oder mit dem Verschwenden seiner Kamera. Mit Gierke? Sagt bloß, dass du auf seine Geschichte reingefallen bist. Ach, was weißt du denn? Mehr als mir lieb ist. Ich durfte ihn verarzten nach der Schlägerei. Also nochmal von vorne. Hast du denn Blutalkohol untersucht? Ja oder nein? Na gut. Nehmen Sie Platz, meine Herren, bevor ich alles zweimal erzählen muss. Da können Sie mal auch beim Diktieren zuhören. Obduktionsbericht Werner Gellert, 28, männlich. Anschrift etc. in ihm, es ist in den Personalpapieren. Ja. Ach, Ingrid. Ja, der ist da. Moment. Ich gebe dann. Seit wann seid ihr bei Du? Seit gestern Nacht. Was gibt's, Frau Dorn? Gierke sucht überall nach dir. Aber jemand hat bei dir eingebrochen. Wie? Ja. Sein Kamerakoffer ist verschwunden und er ist völlig aufgelöst. Und weg kann er auch nicht, weil der Schlüssel von seinem Wagen weg ist. Rufen Sie ihn an. Sie? Sagen Sie ihm, er soll bleiben, wo er ist. Ich komme, sobald ich hier fertig bin. Seit wann sind wir bei Sie? Seit Sie mit Brottel bei Du sind. Na, sieh mal einer an. Das haben wir gerne. Wer ist du halt mit mir auf den Ball gegangen? Der Eugen, der war... Hallo, Hannes. Du, auf den Wagenverdacht hin. Also wirklich, Herr König. Wagerverdacht? Wir haben ein Foto, Hübner. Da kann doch jeder drauf sein. Wie kommen Sie ausgerechnet auf den Fiedler? Wer sonst würde sich die Mühe machen, einem armen Feuerwehrmann, der nachweislich keinen Tropfen Alkohol im Blut hatte, eine über den Schädel zu hauen. Außer dem Ehemann von der hübschen Frau Fiedler. Ja? Irgendwelche anderen Wagenvorschläge. Und ich fresse einen Besen, dass er sich ein tolles Alibi besorgt hat, der Herr Vertreter. Ja? Ähm, Hübner. Kriminalpolizei. Und das hier ist der Herr... König. Guten Tag, Frau Fiedler. Grüß Gott. Könnten wir kurz Ihren Mann sprechen? Er ist nicht da. Um was handelt er sich? Wo können wir ihn erreichen? Es ist dringend. Er ist seit gestern auf Geschäftsreise in Augsburg. Versuchen Sie es morgen wieder. Frau Fiedler, ich war gestern auch auf dem Ball. Sie haben den ganzen Abend, das heißt, bis ca. 22, 23 Uhr mit dem Werner Gellert getanzt. Und? Ist das verboten? Mein Mann und ich sind zwar keine Mitglieder, aber der Herr Gellert hat gemeint, das ist kein Problem. Und da ich nichts anderes vorgehabt habe, wo mein Mann unterwegs war. Frau Fiedler, Werner Gellert ist tot. Bitte. Jemand hat versucht, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Als ob er im Vollrausch aus der Kurve geflogen wurde. Werner dringt nicht. Eben. Bremsspuren gibt es auch keine. Frau Fiedler, bitte. Was ist passiert so um 10 oder 11 Uhr gestern Nacht? Werner, Herr Gellert hat mich nach Hause gefahren. Das mehr weiß ich nicht. Frau Fiedler, gehört der Ihnen? Polizei? Erinnern Sie sich nicht mehr? Wir haben uns getroffen heute Morgen im Fotoladen, als Sie den Film aus Gürkes Kamera abholen wollten. Er hat Sie nämlich verewigt auf dem Ball, wo Sie Ihre Frau in Fjarkerhandi erwischen wollten. Das ist das ist doch völliger Blödsinn. Ich komme gerade von der Autobahn. Ich war in Augsburg. Dann müssen Sie einen Zwillingsbruder haben, Herr Fiedler. Weil hier auf dem Foto das nachweislich gestern auf dem Feuerwehrball was meinen Sie, Frau Fiedler? Ist das Ihr Mann, der Ihnen da beim Tanzen zuschaut hinter der Kapelle? Sie glindelt. Lächerlich. Na, Frau Fiedler? Sei still. Du musst nicht antworten. Herr Fiedler, Sie waren blind vor lauter Eifersucht. Sie sind den beiden nachgefahren, konnten aber erst zuschlagen, als Werner ihre Frau nach Hause gebracht hatte. Wo haben Sie ihn eigentlich niedergeschlagen? Schon hier? Oder erst vor seinem Haus, als er ahnungslos ausstieg? Ich würde sagen, er hat ihn unterwegs überholt und zum Halten gezwungen. Und als Gellert wieder einsteigen wollte? Er hat ihm eins mit dem Wagenheber verpasst, als er sich abwandte. Und dann haben Sie ihn wieder hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Und damit der Unfall noch echter wirkt, haben Sie ihn mit Alkohol überpassen. Sie wollten es perfekt machen. Aber genau das hat Sie verraten, Herr Fiedler. Werner war Anti-Alkoholiker. Herr König? Sie glänet, so glaubst doch nicht, dass das stimmt. Herr Fiedler, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Sie sind voll auf die festgenommen. Und Sie kommen bitte mit aufs Präsidium. Sie glänet, ich habe es doch für uns getan. Gott, haben Sie mich erschreckt. Was passiert? Zosche. Er hat Renate terrorisiert. Wir fahren nach Teneriffa, bis sich der ganze Wirbel gelegt hat. Ja, ich wollte nur sagen, Sie können Ihre Autoschlüssel auf dem Präsidium abholen. Und Ihre Kamera und den Koffer auch. Und hier, die Fotos. Ich kriege noch 32 Mark von Ihnen bei Gelegenheit. Auf dem Präsidium? Sie haben Zosche verhaftet. Nein. Fiedler. Aber das können Sie alle selber recherchieren. und schicken Sie mir eine Postkarte aus Teneriffa von der Costa Nostra. Costa Nostra. Sehr witzig. Ich weiß, wer Ihre Cinderella ist, Herr Hübner. Nein, das werde ich nicht. Sie werden sich den Gläsernschuh schon selber bei mir abholen müssen. Ja, heute noch. Weil Sie mir helfen werden, den Saustall, den Kierke mir hier hinterlassen hat, mit aufzuräumen. Halt und noch was. Bringen Sie was zum Essen mit vom Schober. Weil ich einen Brief bekommen habe von einer Dame, die sehr enttäuscht ist, dass Sie gestern auf dem Ball zu betrunken waren, um ihr ein Interview zu geben zum Thema kriminelle Energie. So, und jetzt beeilen Sie sich. Ich habe Hunger. und jetzt beeilen Sie sich. 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 und jetzt beeilen Sie sich.